Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute sind hier die neuen Kameo vs. Chick Herausforderungen herausgekommen. Zu allen anderen Challenges hatte ich euch ja schon ein Video gemacht. Jetzt kommen noch in diesem Video die Challenge einmal Findet den versteckten Zwerg und tanze auf den drei Bergen. Dazu werde ich euch die Lösung zeigen. Den Gloom findet ihr hier nördlich vom Obstgarten, der sich wiederum nördlich von Frenzy Farm befindet. Auf dieser kleinen Klippe neben diesem Race da und eben mal dieser Straße da unten. Hier müsste der ziemlich genau einmal oben drauf sein. Sucht einfach einmal hier kurz die Gruppe ab, dann solltet ihr das haben. Wenn ich hier gerade auf dem Weg zu den nächsten Orten bin, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Außerdem werdet ihr kommentiert und teilt dieses Video und lasst gerne ein Follow auch auf meinem Twitch-Kanal da. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich heute auch wieder den Cup streamen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Den ersten Berg, den ihr besuchen müsst, befindet sich südlich von Misty Meadows. Hier der große, der mit viel Schnee oben noch bedeckt ist. Einmal einfach an der Spitze tanzen. Da hat der Dinnberg. Ich weiß zwar nicht genau, wie die heißen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das hier einer der drei Berge ist. Der zweite Berg befindet sich hier einmal auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Südlich von Retail Row und östlich von Misty Meadows. Ist hier relativ schwierig hochzukommen, da der sehr, sehr steil ist. Hier oben einfach an der Spitze einmal tanzen. Dann habt ihr den zweiten Berg auch schon. Der dritte Berg ist sehr südlich von Retail Row und wiederum hier westlich von Lazy Lake. Hier auch einmal an der Spitze tanzen. Und dann habt ihr auch alle Challenges von den Kamu vs. Chick Challenges. Und das war es dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.